Ja, das ist mal wieder hier eine knackige Runde. Ja, super. Ich hatte schon mal eine Promo, da habe ich auch mit meinem Mate vergessen zu swappen. Ich habe dann Kindred Support gespielt und der ist mir stark. Weil ich halt kacken muss und vergessen habe zu swappen. Ja, ist halt... Mein Vater ist halt hingekommen und sein Rechner... Ja... Oh mein Gott. Ja, das ist halt sowas von Lost. Oh man, please. Ja, ich kann eigentlich schon mit der Pace gehen. Jetzt solltest du es einfach auch auf A gebrauchen, ich weiß nicht. Ich kann halt wenig, ich kann nicht... Ich kann halt nichts. Oh mein Gott, warum, please. Nimm auch mal die Flay von Swash. Hey, du konntest ja halt irgendwie zu dir ranziehen, wenn du halt... Ach, wie erkläre ich das nicht. Du siehst halt, äh... Ja, das Game ist halt lost. Das einzige aufs Set, was wir hätten machen können, wäre halt, wenn du von Anfang an AFK gewählt bleiben werden würdest. Aber das ist halt langweilig. Ja, super. Ich habe meine Promo, das ist das Problem. Ja, wir haben noch ein zweites Spiel. Oh mein Gott, ja, ich muss Bass gehen, what the fuck. Ah, Vagina kommt. Ja, pfff... Wo ist denn deine Hooks? Ah, hilf mich! Weit, wir hätten da Kavis dabei. Lol, der Hacker. Oh Mann, ey. Bau ich's denn jetzt überhaupt? Hm? Oh, das war echt... Das ist mir noch nie passiert, scheiße. Aber das wäre wahrscheinlich auch viel gewesen. Na, eventuell. Jetzt bin ich da noch wieder wach. Hm? Nee, das klingt ganz schön viel wieder wach. Aber immerhin hat uns doch keiner geflamed. Okay, also Winter jetzt halt auch ran. Ich habe halt keine Ahnung, ich habe mir jetzt zwei Leute gewählt. Ich weiß nicht, wie das geht. Jetzt werden sie meine Insane-Vane-Mechanics kennen. Ja. Und fucking tailern. Das hat nicht meinen Assist für den Kira-Kon. Ja, das hat uns halt eine Q in den Special reingehauen. Also willst du gleich nochmal einen Insane-Vane sehen und du tust eine Runde Smash? Das ist jetzt erstmal meine E hier auf. Nicht Smartcast stellen. Vergesse ich wahrscheinlich gleich, das Spiel auszustellen und dann vernehmen wir mit Vayne nochmal. Hä, war eh so... Hast du eh auch Smartcast oder was? Bei Vayne habe ich alles auf Smartcast. Ich habe generell mal alles auf Smartcast. Ach, keine Ahnung. Ja, das ist halt was Lustiges. Oh, ich bin halt tot. Das Game ist halt over. Ich weiß ja, ich bin beim besten Willen nicht, wie wir es gewinnen sollen. Soll ich jetzt einfach tanken gehen? Ich glaube, am besten ist, wenn du einfach auf Smartcast gehst, weil du wirst... Ich kann keine Aufstiegs machen. Ich kann halt wenn absolut nicht. Ja. Ich kann nicht mal kiten oder sowas. Geschweige an CS. Oh mein Gott. Ja, hm. Solange wir für diese Games keine Reports bekommen. Also, dann kann ich halt nicht schreiben, wenn wir sowas nicht haben. Ja, ja. Ich muss halt schon einmal... Oh mein Gott. Ich muss halt schon einmal ADC mit einem Mate spielen. Der wollte halt unbedingt sehen, dass ich... Nice. Von ihm? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich glaube, ich habe das jetzt so schön gespielt. Ich habe die... Äh... Nicht schnell genug hinbekommen. Naja. Ich hätte vielleicht die Wege mal setzen können. Ja, vielleicht ist es besser, wenn du halt komplett tank gehst und hoffst, dass... Drei gegen fünf bin. Ja, okay. Du kannst halt versuchen zu kiten. Das ist halt... Das ist halt auch full AD, ne? Das ist halt... Ja, ja. Wenn ich halt full tank geh... Ich weiß halt... Also, ich weiß halt nicht. Ich kann halt eh nichts anderes machen. Ja. Hast du ja gesehen, wie scheiße das gerade war? Wie scheiße das gerade war? Boah ey, dass das Spiel auf einmal so schnell schnell losgegangen ist. Ja. Ah, das Game kann man halt eigentlich Minute 15 ff'n. Ja. Bitte. Danke für dich. Warum swapsst du nicht mit mir? Ich dachte halt... Im ersten Moment dachte ich halt, ich hätte halt nur die falschen Runen jetzt dabei. Aber jetzt die falschen Runen... Und den falschen Champion zu haben, ist halt... Ja, Werden wir hier gedivt? Ich weiß es nicht. Ich glaub, das ist halt mal ihre Wert. Boah, ich bin... Hast du den Q gesehen? Boah, ich bin so clean. Aber jetzt hat das Problem mit Smash und Zivirn... Ah, hol ab! Ich hab'n dicken Shutdown bekommen. Ja, ja. Ich bin leider tot. Aber dass keiner flamet, das wurde doch nicht echt. Fack doch mal, warum nicht nicht flamen. Boah, besser nicht. Da hab ich noch was geschrieben. Vielleicht hab ich so nicht gecheckt, dass ich jetzt... Dass ich jetzt... Ja, ach, jetzt haben wir jetzt halt ne... Ne Vayne... Ne ADC und... Trotzdem... Das wäre super. Oh, Mann. They are full AD. Ich geb mir mal Hoffnung. Was? Boah. Zack. Zack. Sehr schön. Meine Autotexte sind ja stärker mit Smash. Jaja. Wann nur der Erste, oder? Ja, du hast halt trotzdem 18... Je nachdem, wieviel... Punkte du an deiner Ehe hast. Eskaliert das halt. Das darf doch nicht wahr sein. Kommst du da weg? Ich hab's doch dir zu helfen. Alter, das war richtig krass. What the fuck? Wir gewinnen. Ich hau doch lieber ab. Wir haben sie gekillt. Eins für eins. Ja, die Frage ist halt, was kaufe ich mir denn jetzt? Ich will auf. Was soll ich? Ich will Damage gehen, ich weiß nicht. Rage Blade. Ne, ja, Blade ist Ruin King, weil Tank ist... Alter, nichts bringen. Ja, du wärst halt ein bisschen tanky. Vielleicht geht da einer von den AFK oder zwei. Oder auch Glück. Ich weiß auch nicht, ob Eier reichen würden. Ne, Eier wird nicht reichen. Ja, eben hab ich ein gutes Video. Ich weiß auch nicht, ob ich das Vogel ankommen habe. Und dann hat er komplett geflammt. Über eltern Vayne Mechanics. Ah! Leut. Die wollen mich gar nicht killen. Ah! Lass mich in Ruhe. Du bist in sowas von Inter, weißt du das? Ich weiß. Meine ganze Match-Story jetzt so 10-1, 2-2. Und dann so 1-5-Trash. Ich glaube, er wird 1-5-Witzig bleiben. Ist einfach... He didn't... So... Nein, nicht mei. Hä? Ja, also, wenn ich nicht gesagt hätte, dann wüsst du das. Ja, deswegen kannst du halt selbst mit Randoms halt nicht sowas nicht machen, dass du halt swappen willst. Und meistens trollen die dich halt dann. Alter, was ist denn bei mir Text mit hier los? Wieder läch' ich ab. Hier eigentlich für alles sehen, oder wofür kriegst du denn? Nee, du kriegst halt für jeden Großen eine Seele. Also für jedes Can-Minion und halt bei Klein halt nicht. Und bei jedem Jungle-Campers kriegst du halt 1. Und halt für... Epsomons. Eine Seele. Ich mein, das skaliert doch, oder? Du redest schon, dass es dir lang genug geht? Kann ich alle one-shotten? Ja, das skaliert aber nicht mit deinem... Renn weg, renn weg. Ich hätte dich. Ja! Ey, ich hätte den Bauern, ey, was getötet. Dann hat er noch 300 Leben. Oh mein Gott, wenn wir dafür jetzt ein Bann bekommen, das wäre halt echt lächerlich. Mann, das wäre hellfühlig gewesen, wenn wir das... Naja, das ist halt das Problem. Jetzt dürfen wir uns halt nicht die nächsten Games nicht beschweren, wenn hier irgendwer reinint. Ja. Und der Ersu hat gerade seinen Tornado im Nahkampf gewisst. Können wir den killen? Nee schon, aber ich bin leider fast tot wegen den Minions. Der Url hat jetzt realisiert, dass irgendwas falsch ist. Das lass ich mal nicht so anstellen. Ich werde einfach versuchen, mit einem Team zu helfen. Ah, das Game kann wir halt Minute 15 öffnen, das bringt halt nichts. Jetzt müssen wir zwei Leute von den Afghanen gehen, damit wir halt überhaupt eine Chance haben. Da kommt er und... Das ist halt so traurig. Da kann man eigentlich nicht drüber lachen. Oh mein Gott. Das einzige was wir hätten machen können, wir hätten halt Accounts tauschen müssen oder können. Irgendwann. Ja, das Problem ist halt, du kannst halt wegen sowas gepermabant werden, wenn da sowas rauskommt. Echt? Ja, ja, ist halt Accountsharing. Darf man das nicht? Hm? Nein, du hast halt einmal den... Ich weiß nicht, ob du das mit Yasuo mitbekommen hast. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Und jetzt sein Account wurde halt in den gepermabant. Echt? Ja, ja. Er hat dann halt... Was? Er hat dann halt zig lange... Ich dachte, das ist jetzt nicht schlimm, wo ich bloß mache. Ich hab gedacht, den Rank kann ich dann nachbeziehen, aber sonst... Dauer Gott, ich hab gedacht, den Rank kann ich dann nachbeziehen, aber sonst... Hier. aber es fällt halt meistens auf wenn du also was nicht an die große glocke hängst da habe ich bin tot ich bin ja auch mann ich will nächstes spiel Wenn wir jetzt gewinnen sollen, das werden wir halt mehr. Bleib weg von mir, bleib weg! Ah, das geben wir halt unsere Kappe. Aua, pfff, das ist halt ein Gesetzling hier. Warum geht der überhaupt nicht an der Nocturne, kann mir das jemand sagen? Der Ten-One-Shot mich halt, keine Ahnung. Ah, ich guck mal eben die Winrate von dem... Oh, dann... Ah, okay, ist in Ordnung. Ah, pfff... Ah, pfff... Sollen wir den FF Road starten oder nicht? Oder meinst du, die sind doch nochmal angepisst? Ja, schon. Hätte ich jetzt einen schönen Van-Skin, hätte ich hier 109 gemacht. Ja. Das ist ein Barren-Money. Ja, ne. Der fucking Marker kann einfach full AP gehen. Denken sie auch noch, ja, geil. Geiles Game hier. Pre-LP. Okay. Ich bin halt wieder so ein Storm geworden, glaub ich, wenn wir an unsere richtigen Terms vertreten. Ja, ja. Weil die halt echt nicht so gut spielen, aber... Die gehen halt jedes Mal auf dich und mich, ich verstehe das nicht. Das ist eigentlich voll dumm. Bist du tot? Ne, ich lebe ihn noch. Flame weg. Huhu! Ich hab meine Flames schon bloß gehabt. Warum kann ich einfach jede Lane von uns inten? Ja, dieses Spiel wäre dafür ideal gewesen. Ja. Ich weiß, hier hat keiner beschweren können. Ja. Ich weiß, hier hat keiner beschweren können. Ja, hier hat keiner beschweren können. Das ist wirklich so einfach so. Es war kein W-N-W-N-W-N. Ja. Fynn. Du bist so einfach dann in W-N-W-N. Äh, hey da. Ich muss sagen, das war ein insanees Promo-Game, war ein super Tausch hier, haben wir wieder super hinbekommen, auf Wiedersehen.